Moin, herzlich willkommen auf unserem virtuellen Outdoor-Messestand. Mein Name ist Sönke Kind und ich erkläre dir gerne etwas über unsere Kälber-Iglus. Du bist auf der Suche nach einer komfortablen, robusten und flexiblen Lösung für deine Kälberhaltung? Dann bist du hier genau richtig. Hier haben wir unser Kälber-Iglu Urban S. Es ist innen ausgestattet mit einer glatten Oberfläche für die einfache Reinigung. Aus hygienischen Gründen haben wir unten eine Kunststoffschwelle montiert mit zwei großen Rädern drin für das einfache Rangieren draußen. Zwischen der inneren und der äußeren Schicht vom Iglu ist eine UV-Folie verbaut. Diese schützt das Kalb im Iglu vor UV-Strahlung und verhindert ein Aufwärmen des Iglus. Unsere Iglus sind so entwickelt, dass wenn das Kalb im Iglu liegt, die Thermik nach oben aufsteigt und nach vorne entweichen kann. So entsteht keine Zugluft. Für das einfache Bewegen auf dem Hof können wir das Iglu hochklappen mit Hilfe von einem Haltegriff, der hinten montiert ist und es dann vorne am Gitter anheben und ganz einfach bewegen. Ebenso können wir unsere Fronttür vorne am Auslauf entfernen und direkt vorm Iglu einfach montieren. So können die Kälber von den ersten zwei Tagen geschützt im Iglu liegen und ihr kleinen Klima aufbauen. Des Weiteren ist es möglich, den Auslauf wegzuklappen, so dass er nicht mehr weiter im Weg steht. Das war unser kurzes Video über die Urban Kälber Iglus. Wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, schaut euch um auf unserem virtuellen Messestand oder meldet euch persönlich bei mir. Meine Visitenkarte wird am Ende des Videos eingeblendet. Viele Grüße aus Wüsting, bis bald!